Rund um die Welt setzt sich International Justice Mission dafür ein, Opfer von Menschenhandel, Sklaverei und sexueller Gewalt zu befreien, ihnen Beistand zu geben und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Meistens sind es die Ärmsten der Gesellschaft, die fernab der Öffentlichkeit kriminellen schutzlos ausgeliefert sind. Es sind Hunderttausende, für uns zählt jeder Einzelne. Deshalb gehen wir jedem Verdacht nach, suchen die Betroffenen und führen die Behörden dorthin. An entlegene Orte oder in die Hinterhöfe der Großstädte. Von Deutschland aus unterstützen wir unsere Projektbüros in Afrika, Asien und Südamerika. Wir informieren die Öffentlichkeit über aktuelle Menschenrechtsverletzungen, bitten um Spenden und persönliche Mithilfe. Wir suchen den Kontakt zu Entscheidern aus Politik und Gesellschaft, um sie zu einem stärkeren Engagement gegen Menschenhandel und Sklaverei zu motivieren. Und wir sind eine Bewegung von ehrenamtlichen Botschaftern. Zusammen bewirken wir Veränderung. Denn für International Justice Mission arbeiten Ermittler, Anwälte, Sozialarbeiter und Menschenrechtsaktivisten. Gemeinsam bekämpfen wir Gewalt und Ausbeutung, wie sie am effektivsten bekämpfbar sind, über die bestehenden Rechtssysteme der Länder selber. Wir schulen Polizeibeamte und Sicherheitsorgane, beraten Richter und Staatsanwälte und helfen dabei, nationale Gesetzeslücken zu schließen, die von Kriminellen ausgenutzt werden. Seit unserer Gründung im Jahr 1997 konnten wir Zehntausende von Menschen aus Sklaverei und Ausbeutung befreien. Damit die Opfer das Leben führen können, das ihnen zusteht. In Würde, Freiheit und Geborgenheit. Helfen Sie mit, die Welt Tag für Tag Mensch für Mensch zu einem besseren Ort zu machen. Mit der Welt und coy Julia